Nächste Woche kommt ein Film in unsere Kinos, der in jeder Hinsicht sehr ungewöhnlich ist und sehr sehenswert, findet unsere Kinokritikerin Sabine Schulz. Der Film heißt Full Metal Village. Er ist, was der Titel kaum vermuten lässt, ein deutscher Heimatfilm. Und die Regisseurin ist eine Südkoreanerin. Tatsächlich ist Full Metal Village ein Dokumentarfilm, dessen Schauplatz in der schleswig-holsteinischen Provinz liegt, das 1800-Seelendorf Wacken. Wacken? Nie gehört? Dann sind Sie wahrscheinlich kein Mitglied der Heavy-Metal-Szene. Für die Freunde harter Musik ist Wacken nämlich ein Wallfahrtsort, weil dort schon seit 17 Jahren ein weltweit bekanntes Heavy-Metal-Festival veranstaltet wird. Alle Jahre wieder inmitten der norddeutschen Idylle. Auf den ersten Blick ist es ein ganz normales Dorf. Wacken in Schleswig-Holstein, gerade mal 1800 Einwohner. Bauer Plen etwa wartet geduldig, dass sich die Milch auf 40 Grad erhitzt. Wenn ich hier dann sitze und warte, habe ich immer die Nachbarn auch nicht unter Kontrolle. Aber einmal im Jahr geht die Post ab in Wacken. Da fallen riesige, wilde Horden ein in das verschlafene Dorf, an die 40.000 Heavy-Metal-Fans aus aller Welt. Für sie ist es der Höhepunkt des Jahres, das Wacken Open-Air-Festival Anfang August. Zwei Welten, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Full Metal Village erzählt vom Zusammenprall zweier Kulturen. Die Annäherung zwischen Fremden beschäftigt sie schon lange. Regisseurin Sung Jung Cho aus Südkorea. Seit 17 Jahren lebt sie in Deutschland. Wir treffen sie in dem hessischen Dorf, in dem sie wohnt. Ich war nicht immer glücklich, hier zu sein, in Deutschland zu sein. Und ich habe wirklich Probleme mit den Deutschen gehabt. Und ich habe wirklich nicht verstanden, warum sie alle so verklemmt sind und warum sie so verschlossen sind. Aber in Wacken habe ich andere Mentalität kennengelernt und die können wirklich anders sein. Und durch die Wackener habe ich gelernt, das Land zu leben, in dem ich lebe. Die Wackener, sie sind stolz auf ihr Open-Air-Festival seit 17 Jahren. Das ganze Dorf ist beteiligt, ordnet und lenkt. Wacken, Ruhls! Es ist mehr als zusätzliche Einnahmequelle in der Gegend, in der sonst nichts läuft. Ein kurioses Miteinander zweier Paralleluniversen. Friedlich, harmonisch, verblüffend und amüsant. Die martialischen Gesten und seltsamen Riten der Heavy-Metal-Szene, alles nur harmlose Show, die Wackener wissen das. Und so konzentriert sich der Film auch ganz auf die Dorfbewohner. Da ist Oma Irmchen und ihre Schwester Eva. Ganz geheuer sind ihnen die Fremden nicht. Ein Zimmer vermieten sie trotzdem. Es gibt ja wohl auch Gruppen und Leute in der Welt, die die Musik mögen. Ich weiß es nicht. Diese Metallmusik ist ja, unser Fall ist es ja nun gar nicht. Full Metal Village ist eine Mentalitäts- und Seelenstudie. Regisseurin Sung Jung Cho aber nennt ihre Erforschung deutscher Identität verschmitzt einen Heimatfilm. Das ist ein Appell von mir an die Deutschen. Die Deutschen sollen endlich mal sich selbst lieben und ihre Heimat lieben. Aber sonst, wie sollen wir Ausländer uns mit dieser Gesellschaft identifizieren? Und wir möchten uns sehr integrieren. Aber mit welcher Gesellschaft? Mit der die Deutschen selbst Probleme haben? Sung Jung Cho sieht in Wacken ein Paradebeispiel für Toleranz und Offenheit. Und der Blick auf die deutsche Provinz lässt uns staunen. Liebevoll und augenzwinkernd, berührend und skurril. Ein eigenwilliger, ein wunderbarer Film. Ja, so macht Landwirtschaft Spaß, nicht? Sitzung, Zigarette rauchen. Klingt doch nach einer durchaus gesunden Lebenseinstellung.